Weekend Klick Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Rainbow Six Siege mit dem Nico Hallo Und wir wollen gewinnen Ja Ich bin nämlich richtig hyper hyper, aber ich bin nämlich Haus Ja, meinst Und der Nico mag auch Haus Nö Doch Nein Wenn ich sage du magst Haus, dann machst du Haus Okay, ich mag Haus mit den Jäger mit dem Jäger neu gekauft heute, ne? neu gekauft, ja, ha stell euch das mal vor, hat er einfach so den Jäger gekauft? ohne noch zu fragen ja richtig also zu erinnern Moment mal, ich hab dich doch gefragt du hast mich gefragt da hat wieder keiner wissen er hat mich nicht gefragt ok den Bereich sichern, die Bomben weiterschützen ah, ich mag haus, ja, ja, mag haus ich mag haus ich mag haus haus, meine, alter Bombe, ne? wer war das denn? die hat sich jetzt schon nicht schön angeholtet das für ein Arsch oh quat, was darf man denn nicht auf YouTube sagen? was denn? mach ich immer, ok ja, ich auch du hast doch den Uhrensinn auf YouTube gesagt ja ja, ähm ja, weil das Video ist gelöscht worden ja und jemand welches meint ihr denn? äh, nein, nein, aber welches Video meint ihr denn? 5 Sekunden noch deswegen Spoiler-Alarm macht das ich hab schon so oft ich hab schon so oft böse Worte gesagt ich auch ich hab auch in den Videoblust alleine gespielt also darum geht's ja beim Zaun, meine pass auf wegen dem Fenster oder schießt sie gerne raus rein ich will nicht alleine sein oh ich will nicht alleine sein ach 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 hoho hohinsinne start er hat ihn fast guckt jetzt erstmal durch die Kamera lang ja, immer schon vor der Kamera lang lang ja denn Vorsicht ist besser als Nachsicht ja Vorsicht er trifft die Kamera nicht nein, wir gefunden ok, jetzt hat er sie ähm ich versteck mich hinter der Bombe oh oh glatz draußen ne, ich versteck mich versteck mich schon haha oh oh da hinten auch was auf rechts von dir jo, Schild die Gegner haben eine Bombe gefunden lenkt du ihn ab? ich hole ihn ich lenke ihn ab wie ich noch nie jemanden abgelenkt hab hab ihn angehlt? er ist runtergefallen, er ist unten hm 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 hab ihn mit der Pistode witz hast du ihn jetzt einfach direkt n alter geht einfach um die Ecke und tötet mich alter aber ich hab ihn mit der Pistode für die Ash also ich find die Ash hat ja nen richtig geilen Ash ich bringe dich ganz schnell wieder auf die Beine ok, mach das bitte erste Hilfe ist besser als zweite Hilfe, ne? die müssen einfach den Diffuser bewerten letzter verbleibender Gegner naja, ich wollt irgendwas sagen, aber haben die wohl gesehen ok wen guckst du zu? äh, den Spawn Viper oder so ok wenn ihr den anderen sehen wollt, den Forst, dann guck auf meinen Kanal gucken nö, dann guck ich mir ne, ok gab das grad spannender da ja ja ich wechsele, ja, 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 jetzt guck ich auch was zu, der ja tötet ihn jetzt mit seiner scheiß Schroffente ja BAM und HET sauber Junge, sauber nice ja, nice fängt schon wieder gut an wie mit Mario ja, ja wie alles anfängt ja, für mich super mach jemand deutsch hallo das freut mich das freut mich einer Franzose Franzi Franzi was? öde du Franz? ich laber so ne Scheiße Vodka 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 Baguette Baguette, Baguette Kartoffel Vodka also Amerikaner weil, wie du gelernt hast, Nico, komm Kartoffeln angeblich auch Amerika ja, aber nee nee ah bin tot, der hat mich außen ja, ich trinke die ganze Zeit ich trinke die ganze Zeit ich hab immer hört das nicht denn sein ist mir egal ich trinke auch ganz Zeit Alter, das geht mir ey, seid doch bitte tot ich hab den Entschärfer wir müssen da oben nicht rausschießen voller Scheiß Gewehr jetzt was hast du denn so ein für ein? ich hab jetzt, nee, ich mein voller Scheiß Visier ich mach das nicht ist so nah ja, 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 das ist die Bombe wurde localisiert ja, die haben gleichen Räume wie wir ok oh, Alter ja, das ist so groß jemand alter alter mal ein bisschen Randale machen Sprengsatz hat sich nicht nicht Sprengladung schaffen oder? Sprengbereich räumen Mann, dieses Fenster geht mir auf den Sack oh Gott, ich bin hier pack' ja irgendein veröffentlicht ha t g stark fein draußen oh Leule, der flieg bei mir warte aus so bin ich denn op das .. .. Komm wieder rein, lebst du doch hier? Der kommt da jetzt bestimmt hoch. Die Haupttreppe. Ja, alles klar. Woher weißt du, dass ich genau um der Ecke komme? Guck ich mir jetzt mal genau an. Ja, okay, okay, das ist ja, okay. Boah, krasser Typ, Alter. Das ist acceptabel. Oh, 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 oh. In A x 3 finde ich das Visier geil, aber... Das Arcog? Ja, aber... Da gibt's ja auch so ein ähnliches, aber... Hier ist das voll scheiße. Ja, weil das so nah ist, finde ich, meine eigene Meinung. Ich weiß nicht, was ihr von Visier mag, aber... Ich fände das Hodo Visier am besten, muss ich sagen. Mit dem Punkt... Oder ist das oder wie? Hä? Ja, was ist das denn? Das ist das nicht so groß. Ah, ja, doch, ja, ja, ich kenn das, ja. Ja, das finde ich nämlich, weil das hat erstens so kleine Punkte. Ja, das finde ich auch gut, das finde ich auch gut. Und, äh... Das ist nicht so groß, also dass du nicht drum herum gucken kannst, weißt du? Du hast trotzdem noch die Übersicht. Ach, so ein C4. Ich würde jetzt reingehen. Ey, voll scheiße mit den Feinden, dass die mal rausgehen, weißt du? Ja. Das sind so kleine Noobs, die so einen kleinen Penis haben. Hahaha. Ich mach das auch, Riff. Ja, das ist so... Das ist so ein kleiner. Ja, guck mal, das ist ein Häuser... Jetzt ganz ehrlich, Leute. Das ist ein Häuserkampf. Und dann... Da spielt man... Da spielt... Da spielt man im Haus. Das heißt auch Häuserkampf. Da muss man nicht rausgehen, weißt du? Ja, aber das gehört zum Spiel. Nein, nein. Würde das denn nicht gehen? Ja, die wollen ja nicht, dass das so eine einbegrenzte Map ist, weißt du? Ja. So wie zum Beispiel Dings, aber... Ah, es ist ein Häuserkampf. Ja, natürlich ist es ein Häuserkampf, aber sonst... Sonst wäre man draußen voll unvorsichtig. Wenn niemand... Wenn niemand rauskommen würde, würden alle einfach draußen ruhig rein und nicht aufpassen und so. Und das finde ich zum Beispiel scheiße. So wie... Die Leute müssen schnell reinkommen, weil wenn die von draußen gucken, ist es zu dunkel, weißt du? Ja, okay, das stimmt ja schon, aber... Trotzdem kannst du zum Beispiel von draußen besser reingucken, als von drinnen raus. Was weiß ich meine? Also als Verteidiger ist das schwierig rauszukommen. Stimmt aber. Wer lädt denn hier schon wieder, Mann? Wer lädt denn hier schon wieder, Mann? Über die Bambusleitungen hier. Er sporn. Bambusleitung. Ähm... Sag ich, der manchmal 600er Ping hat. Hamster da, Alter. Ah, Mann, 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 Mann. Und wie spielt es sich so auf unserem Toaster? Ja, warum Toaster? Ja, warum Toaster? Wer lädt? Deswegen... Deswegen hat er einen schlechten PC. Oder er hat eine schlechte Internetleitung. Aber ich glaube, es liegt eher am PC. Oder es liegt einfach am Game. Aber sonst würden wir alle noch laden. Nein. Oh, mein PC ist auch nicht mehr der Beste. Trotzdem lade ich nicht so jahrelang. Wir sind alle scheiße. Zeit für einen wirklichen Shot. Grazie. Mein Mann. Warte. Ich muss in dieser Zone bleiben. Äh, Tito geht doch. Die Gegner haben die Auflässe zum Angriffen. Äh, warte. Äh, Warte. Italiano? Lade nach. Nein, no, no. Aha. Ah, okay. Es ist mir, Mario. Hier ist es. Nur noch 10 Sekunden. Was sagt der? Ich habe ihn nicht richtig verschaffen. Nur noch 5 Sekunden. Oh. Deutsche liegt in einer Sprache. Er enttäuscht mich. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Ja, okay. Aber Deutsch ist auch gut. Deutsch ist eine schöne Sprache. Der Besuch kann raus. Feind lokalisiert. Ich habe die Tür gesichert. Mach das okay. Ich platziere C4. HVS ist platziert oder? Hier gibt's C4. Da kommt schon raus euch rein. Ich platziere C4 oder was? Ich platziere C4. Ich platziere C4. Ich platziere C4 oder was? Oh. Und wo schießt ihr denn? Wenn ich ihn fange... Boah, ist das ein guter Mann, der rettet mich. Wann wo steht, hat er geschossen? Wollt ihr nicht? Weil ich hab auch nichts bekommen. Ach, von unten. Kann das sein? Oh, warte, über uns hat Schein. Einer? Jo, über uns einer? Ja, warum weiß ich denn? Wegen, wegen dem Puls. Kannst du deinen Puls hören? Wow. Jo, der schießt auch von oben schon runter. Oder von unten? Ne, von oben, glaub ich. Also da war zumindest einer. Kollege, wo ist der denn? Von unten oder von oben? Ah, der von hier? Unten, er hat recht. Oh, ja. Stab mir doch nicht, Mann! Ja? Von wo der? Unten unten? Unten, ja, ja. Unten im, äh, rechte Ecke. Entschärfer, eine Bombe. Ihr Entschärfer muss deaktivieren. Ah! Entschärfer aufgespürt. Sofort zu hören. Mann, warum sind wir so schlecht, Diko? Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Aber wir haben doch nicht ganz verloren. Ja, das ist keine Chance. Drei, äh, zwei Leute im Raum. Das ist so kacke. Diko? Ja. Ist Lothar? Leider ja. Will gar nicht den Glass. Was nehm ich denn? Ash Glass? Du willst gar nicht den Glass, sondern nur was anderes. Ich nehm Britsch. Oh, wir sind nur noch zu viert? Warte mal. Ja. Oh, dann geh ich als Schild. Nein. Alter, es bist du ein Junge. Wir verlieren jetzt. 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 Wette mir die Sie sehen. Ich kenne das aus gar nicht so. Keller. Eure Drohne hat eine Bombe. Dieses Haus hat im Keller? Ja, eine Geradung. Keine ausfüllen Frauen. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Na? Na, bin tot. Gut. Also Team Sprecher. Wir gehen von... Wir gehen von da nach da rein, ne? Und dann gehen wir von da nach da. Von da. Ich weiß gar nicht. Seid man in der letzten Runde... Seid man ein Video eigentlich, die wir immer noch aus? Und dann gehst du hier. Und dann gehst du hier. Wir gehen so, wir gehen so, 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 so. Und dann machst du hier so durchs Wasser. Schwimmst du eine Runde? Kommst von der Baustelle wie raus, gehst hier durch den Garten und kommst du dann da rein. Genau, so machen wir's. Jetzt gesichert. Brückt zur Bombe vor und entschärft sie. Warte, ist hier überhaupt noch was? Ja. Ihr wolltet alle auf einmal die Dings machen, ne? Oh Gott, Nico, du hast den Fuser. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Entschärfer wurde erneut gesichert. Pass auf, dass wir da raus und schießen. Ja. Oh, hier ist offen. Hier kann man aufmachen. Warte, ich spreng... Oder bring die Sprenger an. Wenn du willst. Aber jetzt will ich da weggehen, die schießen eh da raus. Die Sau. Bist du denn noch hier? Ne, ich bin schon weg. Sprengladung angebracht. Hm. Und so weit weg. Wo schlägt sich einer raus? Wo schlägt sich einer raus? Oh ne, da oben geht schon wieder einer raus. Sprengladung aktiviert. Harry, kann er recht? Da drin, genau. Drohne aktiviert. Oh Gott. Oh Gott. Da ist nichts. Nice. Drohne startklar. Drohne startklar. Warum mal beim... Warte. Hä? Ach hier. Ich hab meine eigene Drohne getötet. Ich hab meine eigene Drohne getötet. Ich hab meine eigene Drohne getötet. Ist kaputt gemacht. Ja. Ja. Wir müssen langsam mal rein, ne? Ich muss ihn verwirren. Ich tue so, als würde ich da reingehen. Aber in Wirklichkeit... ...komm ich von hier. Oh. Hier war schon anscheinend zu sehen. Einen hab ich schon mal. Hier ist schon zwei gegen zwei. Wir beide sind nur noch. Ja. Oh nein, ich war da. Direkt da, wo ich gestorben bin, in dem Raum. Oh nein, ich war da. Nicht vom eigenen Truppen. Rechts, rechts, rechts. Guck nach rechts. Da war der Wind, genau. Ja? Aber der kann auch von links kommen. Wieder. Kommen wir zu nerf. Nein, ist sehr gut. Du musst den Defuser haben, ne? Also ich hab oder du killst den letzten Gegner. Ja, kill lieber den letzten Gegner. Das schaffst du eh nicht mehr zu defusen in der Zeit. 20 Sekunden noch. 15 Sekunden übrig. Der Rest in die falsche Richtung. Obwohl der stimmt, da kann er auch sein. 10 Sekunden. Ist er nicht. Fuck. Jetzt im anderen Raum. 5 Sekunden übrig. Ah fuck. Ne, ne, ne. Da rechts hinten, bei der Tür. Ah fuck. Naja, scheiße. Ach kacke. Ah, der war auch nicht rum? Ne, der war auch nicht. Keine Ahnung. Ach kacke. Ah man, 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 man. Man, 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 man. Na gut. Ja. Schade. Ja, okay dann. Ja, okay dann. Ja, das war eine neue Folge. Wenn man sich sieht. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Links von unseren Kanälen in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, haut rein.